Wayne! Wayne! Hallöchen-Pupöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Wayne! Unter anderem haben wir diesmal im Programm große Shitstorm-Simulation mit Eisen The Rise of the Machines bei Markus Tumbler Lerne von Kickstartern und erobere die Welt Wie man mit 1.500 Euro in 6 Monaten ein Stück Content produziert Dieses und viele andere Themen jetzt im Podcast. Viel Spaß! The creative adult is the child who has survived The most powerful element in advertising is the truth Wayne! The best way to predict the future is to create it In our factory we make lipstick Wayne! In our advertising we sell hope Wayne! Wayne! Was sonst? Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen noch mal zu einer weiteren Ausgabe Wayne. Um genau zu sein, die dritte Ausgabe. Es ist die Ausgabe, nachdem Menderes den Dschungel gewonnen hat. Menderes ist Dschungelkönig. Wer hat auf Menderes getippt? Hände hoch! Ich glaube ja persönlich, dass dieses kleine schutzbedürftige Wesen, was irgendwie nicht so richtig was auf die Reihe kriegt, was aber keinem so richtig was tut, die Leute haben eigentlich immer die besten Chancen beim Dschungelcamp. Ja, also diese Alphatiere, die will man lange und gerne sehen, indem man sie lange drin lässt, aber die will man nicht gewinnen lassen. Wir haben heute wieder ein extrem straffes Programm, deswegen fangen wir einfach gleich mit dem Housekeeping an. Ja, wie in jeder Ausgabe starten wir mit dem Housekeeping, das heißt, wir räumen hier unseren Stall so ein bisschen auf. Die Kommentare zur letzten Ausgabe waren ja ein paar da, die könnt ihr euch selbst durchlesen, wenn euch die interessieren. Dann waren ein paar nette Diskussionen mit bei, die zumindest das Format betreffen. Was aber viel wichtiger ist, wir haben ja in der letzten Ausgabe sowas wie ein Gewinnspiel gehabt. Zehn Tickets für die Online-Marketing-Rockstars gab es zu verlosen für die, nicht die Konferenz, sondern für die Messe und die Party. Und ein paar Leute haben so viel kommentiert, dass sie in den engeren Kreis der Ticketvergabe gekommen sind. Und die Leute, die gewonnen haben, die zähle ich hier unten in den Shownotes auf. Guckt einfach mal rein und setzt euch mit uns in Verbindung. Dann kriegt ihr den entsprechenden Code und könnt da am Start sein. Ich packe jetzt einfach mal das Thema ins Housekeeping, was eigentlich hier vielleicht nicht reingehört, weil es viel zu mächtig ist. Ich hatte ja, das habt ihr vielleicht mitbekommen, wenn ihr die letzten Ausgaben von Wayne gehört habt, dazu aufgerufen, dass man mich in Social Media mal so richtig basht und so richtig beleidigt. Damit ich einfach mal eine Simulation dafür habe, wie es sich anfühlt, wenn man so richtig einen von Latz bekommt. Das ist ja in Social Media relativ weit verbreitet, gerade in der heutigen Zeit. Wenn man sich äußert, gerade wenn man sich auch zu bestimmten Themen äußert, dann gibt es eine Gegenreaktion. Und mit der Gegenreaktion sollte man zumindest umgehen können, damit man eigentlich auch in Social Media existieren kann. Weil sonst kommt es zu solchen Reaktionen, wie viele da draußen in der letzten Woche auch gezeigt haben, dass sie einfach mit dem Gedankenspiel in Social Media grundsätzlich abzustellen. Und das kann ja eigentlich nicht der Weisheitsletzte Schluss sein, weil dann könnte man auch das Telefon irgendwie abschalten, weil da jemand anrufen könnte, der einen beleidigt. Okay, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber es sind neue Medien, es geht um Kommunikation und der Umgang damit ist relativ schwierig und muss erstmal erlernt werden. Dazu diente diese Aktion, die ich jetzt hier gemacht habe in den letzten beiden Ausgaben, ist ein bisschen schwer angelaufen. Und ich hatte eigentlich schon gedacht, jetzt verläuft es so im Sand. Und dann war es wie folgt in der letzten Woche und jetzt kommt dieser Schulungseffekt, der eigentlich für mich wichtig war. Ich war auf der grünen Woche in Berlin. Wart ihr schon mal auf der grünen Woche? Wenn nicht, also ich will ja mal ein bisschen so Berlin-Empfehlungen auch geben, wenn ihr noch nicht auf der grünen Woche wart, dann plant es mal fürs nächste Jahr einfach ein. Da kann man sehr gesellig sein, da kann man Alkohol konsumieren, da kann man gut essen, da kann man aber auch ein bisschen andere Nationen sehen und ein bisschen gucken, wie das Kulturgut in anderen Ländern ist. Und in der heutigen Zeit ist das, glaube ich, vielleicht auch ein Ansatz, um ein bisschen Verständnis auszuprägen. Kommt also mal zur grünen Woche. Aber ich war auf der grünen Woche, bin da rumgelaufen und nun bin ich ja so ein Typ, der mit Social Media so den ganzen Tag so ein bisschen umgeht, zum Leidwesen meiner Frau auch. Und ich bin über die grüne Woche gelaufen und habe einen Ping bekommen. Ich kriege ja den Ping, wie viele andere von euch vielleicht auch, auf die iWatch, habe geguckt und habe gesehen, dass IZ einen Post rausgehauen hat. Und der Post war, wenn man ihn als erstes liest, wirklich einer, der ins Mark und Bein ging, muss ich sagen, weil er wirklich alle meine Babys genommen hat und durch den Kakao gezogen hat. Und ich war erst mal wirklich irritiert. Also diese Reaktion, bei mir selbst zu erfahren, war wirklich lehrreich. Und ja, erst mal auf der grünen Woche ist gar nicht so viel passiert. Ich habe es erst mal stehen lassen und habe gedacht, ja, da machst du dir nochmal richtig Gedanken drüber und guckst dir mal an, was eigentlich damit gemeint ist. Ich bin dann nach Hause gefahren, habe mir den ganzen Post nochmal angeguckt, den er geschrieben hat auf Facebook und habe mir meinen Raster, was ich, also ich kenne ja IZ persönlich, und habe mir meinen Raster darüber gelegt, um mir zu erklären, warum IZ so ein Bullshit schreibt. Er hat also wirklich, ja, es waren wirklich Sachen, die wirklich reingegangen sind. Und ich glaube, viele aus meinem Umfeld haben auch geschluckt und viele außerhalb werden auch geschluckt haben. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ich habe also dieses Raster genommen und habe es über das gelegt, was ich eigentlich so von IZ weiß und wie ich zu IZ stehe. Und bin zu dem Entschluss gekommen, ab einem bestimmten Punkt komischerweise erst, dass es ja genau dieser Fake ist, genau diese Beleidigung, die ich provoziert habe, die hat er jetzt damit rausgehauen. Und da war ich an dem Punkt, wo ich natürlich selbst in meine eigene Falle getappt bin. Ich habe mir dann überlegt, ja, wie reagierst du denn da drauf? Es waren noch nicht so sehr viele Kommentare drauf, das heißt, dieser vielleicht Shitstorm, der da simuliert wurde, war jetzt noch nicht so richtig am Köcheln. Es war aber klar, vom Entscheidungsraster gibt es nur darauf reagieren oder einfach wabern lassen wie eine Kartoffelsuppe auf drei und einfach so lassen, wie es ist und gucken, wie es sich entwickelt. Nun hatte ich den Braten ja relativ schnell gerochen und habe in den Kommentaren sowas hinterlassen wie, na endlich hat es mal jemand begriffen. Und ihr werdet es nicht glauben, es hat keine ganze Minute gedauert, da hat sich der gute Eisi per Facebook-Chat bei mir gemeldet und war mächtig erleichtert darüber, dass ich als Erster oder mit als Erster diesen Post gesehen habe. Er hat ihn dann auch relativ schnell, glaube ich, wieder aus dem Netz genommen, damit der Kollateralschaden nicht so hoch ist. Ja, ich glaube, wir beide waren erleichtert, dass er es in der Richtung gemeint hat, wobei ich es mir hätte auch nicht anders erklären können. Und da gehen wir genau in die Richtung, einfach so einen Raster drüber zu legen, warum bestimmte Leute was sagen und ob man nicht vielleicht auch was rein interpretieren könnte, was anders gemeint ist. Das ist, glaube ich, eine große Kompetenz, die man in Facebook ausprägen muss. Und vor allen Dingen, man muss drei Schritte zurückgehen, um die Sache nochmal beurteilen zu können. Das hat mir die Situation auch wieder gezeigt. Das ist auch eine Eigenschaft, die muss man lernen, das muss man auch fühlen. Jetzt gibt es da draußen bestimmt sehr viele Leute, die den Post von Eisi gelesen haben, obwohl er relativ schnell gelöscht wurde. Und die das alles für bare Münze genommen haben und die jetzt denken, jetzt will der Janker sich ja nur irgendwie hier rausrudern. Für die Leute unter euch, die so skeptisch sind und die denken, dass alles, was wir machen, scheiße ist, hier ein kleines Bereinigungsstatement von dem guten Eisi. Hey Marco, zunächst einmal vielen Dank, dass du jetzt schon in der dritten Folge von deinem Wayne-Podcast bist und die Zeit, die du irgendwo zwischen all deinen anderen Dingen herausgesucht hast, um überhaupt nochmal Podcasts zu betreiben. Ich möchte dir jetzt gerne Feedback geben zu meiner Kritik, die ich auf Facebook gegenüber der Campix Week, der SEO Campix und natürlich deinem Wayne-Podcast gebracht habe. Denn es hat ja einen Hintergrund. Du hast es ziemlich schnell verstanden, musstest aber, zumindest was ich aus deinem Kommentar heraus gehört habe, dennoch selber auch erst darüber nachdenken, wie das jetzt gemeint sein könnte. Viele andere haben es natürlich auch anders verstanden, nämlich so, dass das ganze Feedback ernst gemeint war. Ich mag dir dazu einfach mal ein paar Worte sagen. Nach deinem ersten Wayne-Podcast kamst du auf die glorreiche Idee und hast auf Facebook die Leute dazu aufgerufen, sie mögen dich doch mal bitte beleidigen. Dazu hast du in der zweiten Folge dann auch was gesagt, welchen Hintergrund das hatte. Hast auch einige Beleidigungen vorgelesen von den Leuten. Hast dafür auch in den Kommentaren zu deinem zweiten Wayne-Podcast natürlich auch von der Kate ziemlich schroffe Kritik bekommen. Darauf will ich aber gar nicht weiter eingehen. Mir geht es einfach nur darum, ich habe ja selber mitbekommen, dass die Beleidigungen erst ziemlich schleppend losgingen, dann ziemlich übertrieben waren. Und ganz ehrlich, wirklich treffend waren sie eigentlich nie, weil sie haben dich, vermute ich zumindest, menschlicher überhaupt nicht berührt. Denn du hast sie nicht komplett ernst genommen, da du ja selbst dazu aufgerufen hast. Aus der zweiten Folge habe ich für mich herausgehört, dass es das nicht gewesen sein kann, was du damit erreichen wolltest. Und deswegen habe ich überlegt, was kannst du machen, um den Herrn Young jetzt tatsächlich auch mal zu treffen. Um in irgendwas mal reinzuwirken, was in ihm was auslöst, was er so vielleicht auch nicht jeden Tag erlebt. Ursprünglich wollte ich eigentlich nur gegen den Podcast erstmal irgendwie Kritik anbringen, weil es ist dein jüngstes Projekt. Damit habe ich mir erhofft, dass ich damit auch den leichteren Gang habe, um dich zu treffen. Allerdings habe ich dann doch entschieden, ich nehme die Campix noch mit dazu und habe mir Kritik rausgesucht. Wie? Ganz einfach. Ich habe mir einfach mal die Recaps angeguckt und habe mir überlegt, was davon kannst du jetzt bringen. Klar, wenn man jetzt aber ein Campix Recap liest und sucht sich nur die Kritik, man weiß es ja, kein Alkohol in der Minibar. Dann geht das Bier viel zu früh aus, dann schmeckt das Essen nicht. Das sind so die ganz typischen Dinge. Hätte ich das halt angebracht, wäre die ganze Kritik wieder, naja, es hätte dich wahrscheinlich einfach nicht getroffen. Also, schaut mal, was Leute noch so bringen. Was bringen sie? Sie kritisieren, dass auf der Campix immer mehr alteingesessene Leute kommen. Wie wir ja nun auf Facebook auch gehört haben, geht ja selbst Frank Dörnchen. Schönen Gruß an dieser Stelle an Frank. Ich glaube es ja immer noch nicht, dass er nicht da sein wird, aber gut, lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall zurück zu meiner Kritik. Ich wollte einfach mal wissen, was passiert, wenn man dich mal nicht beleidigt, sondern wenn man dich halt mal tatsächlich anders, auf einer anderen Gefühlsebene trifft. Und was lag da näher, als die Campix heranzuziehen, als dein Herzensprojekt, nenne ich es jetzt, und natürlich dein Wayne-Podcast. Im Wayne-Podcast habe ich auch wieder überlegt, was kann ich da nehmen? Am einfachsten wäre es natürlich gewesen, ich nehme dann ähm, ähm, ähm. Das Problem, ich mache das ja selber gerade genauso, und ich kann es auch nur bestätigen, jedes Mal dann, wenn eine Denkpause kommt, möchte man die nicht mit einer kurzen Wartezeit überbrücken, sondern man bringt halt so ein ähm, weil wie du schon sagst, bis der Gedanke vom Kopf im Mund ankommt, ist halt ein weiter Weg. Tja, und dann hast du es mir relativ leicht gemacht. Du hast die Campix beworben, im Wayne-Podcast, also konnte ich dein Podcast als Werbeinstrument für die SEO-Campix hinstellen. Ich hatte ja dann eigentlich noch vor, in dem Beitrag auch noch deinen neuen Sumago-Teaser mit einzubringen, denn du hast ja so ein wunderbares Video auf YouTube veröffentlicht, wo du dein komplettes Team vorstellst und die Position, die Tätigkeit, die derjenige in dem Team hat. Da dachte ich mir, hey, wer guckt sich sowas an, wollte ich eigentlich reinschreiben. Wer schaut sich von einer Agentur ein Team-Video an, wo alle Personen kurz mit Bild und Ton eingeblendet werden, aber nichts dazu gesagt wird, was dann auch noch über mehrere Minuten geht. Da dachte ich, gut, ah, ist auch wieder ein kleines Stück zu viel, nimmst du nicht mit rein. Was am Ende bei rausgekommen ist, haben ja die meisten, beziehungsweise viele haben es ja gelesen, es gab einige E-Mails auf Facebook direkt, es gab wenige Kommentare, darüber bin ich ehrlich gesagt auch sehr froh, denn ich habe mir einfach für mich gewünscht, deswegen habe ich dich auch gleich markiert in dem Beitrag, dass du es so früh wie möglich liest, damit einfach das Risiko, dass es gestreut wird, so gering wie möglich bleibt. Denn es ist ja auch so formuliert, dass man wirklich sagen muss, es hätte auch ernst gemeint sein können, war es meiner, also von mir aus allerdings tatsächlich nicht. Du weißt ja selbst, ich bin dieses Jahr auf der CampX auch sehr gerne als Moderator für die Pooled Force Rounds mit dabei, da freue ich mich auch sehr darauf, freue mich auch sonst auf die ganzen CampX-Tage und ich höre auch generell deine Podcasts gerne, sei es damals Radio 4 SEO gewesen oder eben heute Vane, auch wenn es ein komplett anderes Format ist inhaltlich. Ich bin trotzdem sehr gespannt darauf, wo es sich hin entwickelt und wünsche dir an dieser Stelle auch alles Gute für den Vane-Podcast, für die CampX, für deine Agentur Marco und ich hoffe natürlich sehr, dass dich dieser Kommentar auf Facebook von mir auch in deiner, ja, keine Ahnung wo, aber es wird dir irgendwas gebracht haben, es wird dich irgendwie weitergebracht haben. Ich weiß ja jetzt auch noch nicht, was du mit diesem Audio-File machst, was ich dir jetzt rübergeschickt habe, beziehungsweise gleich rüber schicken werde. Mach einfach was draus, überrasch mich, überrasch uns alle und ich bin sehr gespannt darauf. Bis dann Marco, tschüss. So, hallo Aisi und erstmal danke dafür, dass du so ein Statement abgegeben hast. Nicht jeder wird natürlich diesen Podcast hören, also diese Ausgabe Nummer 3, wird auch nicht wissen, um was es geht, sondern der wird natürlich nur deinen Post gelesen haben und den Kollateralschaden, der daraus entstanden ist, den müssen wir in Kauf nehmen, den kann ich kompensieren. Das ist mal großkotzig, glaube ich. Aber dennoch wird es da draußen irgendwelche Leute geben, die jetzt nicht verstanden haben, warum ich das eigentlich alles gemacht habe und wo ich hin will und warum ich mir jetzt hier so ins Bein geschossen habe. Ich kann euch wirklich nur sagen, dass ich dieses Thema Human Marketing mit Wayne ernst meine und ich glaube an diese Welt, die hinter dem Marketing steht und gerade wenn es um Kommunikation im Marketing geht, ist es ein Bereich, der sich nach was anfühlt. Da muss eine Kompetenz erreicht werden, damit es überhaupt möglich ist, erfolgreich zu arbeiten und die probiere ich hier in einer bestimmten Form darzustellen. Natürlich ist es so, dass ich euch mit dem Hören jetzt nicht die Kompetenz einpflanze, weil die Herdplatte es nur für den heißt, der wirklich auf die Herdplatte fasst. Aber ich kann vielleicht in euch sowas ausprägen, wie sich vielleicht mutig nach vorne zu trauen und die Reaktion in kleinen Teilen, in kleinen Schritten auszutesten, damit man diese Reaktionsmuster verarbeiten kann und eine Kompetenz daraus ableiten kann. Und wenn ihr ehrlich seid im Umgang mit euren Kindern da draußen, ist es so, dass ihr natürlich oftmals sagt, ja, es muss mehr Kernkompetenz im Bereich Social Media vermittelt werden, weil es ein Kommunikationsmittel unserer Zeit ist. Und da gebe ich euch natürlich völlig recht, aber wer soll es denn machen, wenn es nicht erlernt wurde? Einfach es nur zu sagen, macht überhaupt gar keinen Sinn, sondern es muss jemand da sein, der weiß, wie es sich anfühlt, wenn auch in kleinen Gruppen in Facebook man gebasht wird. Da muss man schon irgendwie lernen, mit umzugehen. Das heißt nicht immer, dass man ein Reaktionsmuster für sich findet. Gerade bei Jugendlichen ist es manchmal relativ schwer. Ihr werdet die Fälle auch selbst kennen. Aber ich glaube, dass es nur darum geht oder über den Weg geht, dass der, der irgendwie eine Kompetenz vermittelt, dass der auch die Kompetenz selbst erworben hat im Umgang damit. Und das sind leider nicht die Lehrer in den deutschen Schulen, weil die in der Regel überhaupt gar keine Kompetenz in dem Bereich haben. So meine Lieben, dann sind wir am Blog-Thema auch schon drin. Wir werden es in den nächsten Ausgaben jetzt immer so machen, dass ich das, was ich in den letzten 14 Tagen bei mir im Feedreader gefunden habe, hier einfach mal kurz erwähne, ein, zwei, drei Sätze dazu abgebe. Und den Rest könnt ihr einfach aus den Shownotes euch selbst verlinken, in die Posts reingehen, euch die durchlesen. Und dann können wir hier natürlich in Wayne auf dem Podcast in den Kommentaren herzhaft darüber diskutieren, was Inhalt von diesen Artikeln wirklich war. Und ich werde ja in den Kommentaren sehen, ob es euch interessiert oder nicht interessiert. So, den ersten Beitrag habe ich gefunden auf Contently. Und da geht es darum, wie hoch eigentlich der Bot-Traffic im Internet ist. Hier wird davon ausgegangen, dass er so bei, glaube ich, 50 Prozent ist. Da gibt es so eine kleine Statistik, so eine Infografik dazu. Und das wäre natürlich ziemlich krass. Und ihr könnt euch mal, egal ob die Zahl jetzt stimmt oder nicht, ich glaube, dass der Bot-Traffic relativ hoch ist da draußen. Und ihr könnt euch einfach mal überlegen, ob wir in allen Bereichen des Internets nicht einfach dem weißen Hasen hinterher rennen. Alles, was uns so vorgekaut wird, das als bare Münze nehmen. Ich glaube, da ist das ein Artikel, der einfach mal zum Nachdenken einfach ein bisschen Anlass gibt. Der zweite Artikel beschäftigt sich mit den 50 größten Mediakonzernen im US-amerikanischen Raum. Und den fand ich persönlich relativ interessant, weil da natürlich die ganzen großen Giganten Google, Facebook etc. pp. drin sind. Aber auch viele große Mediakonzerne, die ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte. Und wo ich mich natürlich in der Zukunft mal ein bisschen damit beschäftigen werde, wie die denn überhaupt ihre Reichweite so ausgebaut haben und welche Geschäftsmodelle überhaupt dahinter stehen. Ich glaube einfach felsenfest, dass viele von euch den einen oder anderen Brand in der Liste auch nicht kennen werden. Deswegen guckt es euch einfach mal an. So, jetzt kommen wir zu einem Post, den müsstet ihr eigentlich auch selber gesehen haben. Da geht es um einen Post, den der Markus Tannler auf mediadonis.net seinem eigenen Blog gepostet hat. Und zwar ist es die Keynote, die er auf der SEO.com gehalten hat, The Rise of the Machines, einen Vortrag, der inhaltlich wirklich toll war. Der aber, und da gucke ich jetzt wieder auf das Human-Marketing und vielleicht auch auf das Content-Marketing, der, wenn ihr genau hinguckt, in einer bestimmten Form gehalten wurde. Also es ist nicht die übliche Art, wie man Vorträge hält, sondern der ist in einer ganz bestimmten Vortragsart gehalten worden. Und darüber könnt ihr euch mal Gedanken machen, wie Markus darauf gekommen ist, die Präsentations- oder das Präsentationsformat von sich selbst anzupassen. Ich bin mir relativ sicher, dass er das irgendwo anders schon mal gesehen hatte, aber es ist auch völlig egal. Wichtig ist, dass die Leute das das erste Mal sehen und ihm zu schreiben und dann ist es cool. Also mal abseits von den Inhalten, die da drin sind, die wirklich brillant sind und die zum Ansehen auf jeden Fall als Empfehlung gelten, guckt mal da drauf, welchen Vortragsstil ihr genommen habt und bringt es in euer eigenes Marketing mit ein, dass ihr bestimmte alte Pfade, die ihr benutzt, einfach aufbrecht und ein neues Format daraus kreiert. So wie ihr es vielleicht in der Produktwelt auch machen würdet, dass ihr irgendwie ein Oldschool-Produkt einfach neu aufbohrt, mit neuen Features verseht und einfach eine neue Art draufsetzt. Und ich glaube, da kann man von dem Markus abseits von dem Inhalt des Vortrages wirklich, wirklich viel lernen. Ich hatte euch ja schon mal gesagt, dass ich so ein Kickstarter-Junkie bin und diese ganze Crowdfunding-Geschichte super verfolge. Nicht, weil ich jetzt so super viel und gerne die Projekte da unterstütze, sondern weil ich es eigentlich faszinierend finde, wie mit Storytelling, Videos, Bildmaterial und Geschichten Leute dazu animiert werden, Geld zu bezahlen für bestimmte Ideen. Das ist wirklich faszinierend und in jedem Format, also wenn wir an Content-Marketing denken, in jedem Format, was die Jungs kreieren, steckt eine Menge Know-how und eine Menge Wissen und das ist für mich so Königsklasse aktuell. Und da habe ich einen Beitrag gefunden, einen Post gefunden, wo es um Graffiti Garden ging und das könnt ihr euch mal angucken, mal abseits davon, dass die die Schwelle eigentlich für die Finanzierung schon längst erreicht haben, ihr da immer noch einsteigen könnt. Aber es geht mir nicht um Werbung, sondern guckt einfach, wie die Sachen präsentiert sind, was das für ein Produkt ist, was die anbieten und dann macht euch mal Gedanken darum, wie ihr in Zukunft eure Produkte anbieten solltet, damit ihr so ein Interesse und auch eine Bereitschaft erzeugen könnt, dass die Leute Geld in die Hand nehmen, weil darum geht es doch im Endeffekt. Dann habe ich gefunden auf creativeguerillamarketing.com einen Post, den wir in ähnlicher Form schon mal bei Seonauten selbst auch hatten und da geht es um die Beziehung zwischen einem Offline-Schaufenster und euren Landingpages, die ihr auf euren Seiten habt, also Startseite, Kategorie-Seite, Artikel-Seiten, whatever. Diese Verbindung, einfach, was würdet ihr in der Offline-Welt machen, wenn ihr ein Offline-Geschäft hättet, was würdet ihr in euer Schaufenster reinlegen. Bestimmt nicht die Ladenhüter, sei denn, die sollen gerade weg, dann macht das vielleicht Sinn, aber im Endeffekt würdet ihr ja, wenn ihr euer Business zumindest richtig macht, euch Mühe geben mit der Gestaltung, Emotionalität reinbringen, Sachen mit reinbringen, die den Charakter eures Geschäfts auszeichnen, aber auch eure Top-Produkte mit reinlegen. Also diese Assoziation zwischen Offline-Welt, Schaufenster und Landingpage auf euren Seiten, die ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da verlinke ich in den Shownotes zwei Artikel, einmal von den Creative Guerilla Marketings und den Sumago-Artikel nochmal, den könnt ihr euch mal durchlesen. Und vielleicht kommen wir ja dazu, in den Kommentaren darüber zu diskutieren, sodass wir es vielleicht in der nächsten Sendung auch mal aufnehmen können, das Thema, weil es ist dazu geeignet, es auch ein bisschen breiter einfach zu behackern. In den letzten 14 Tagen habe ich dann auf online-marketing.de noch einen schönen Post gefunden, der da heißt 10 Gebote für Content Marketing und gutes Ranking. Ich glaube, dass gerade diese Verbindung und dieses Thema Content Marketing in Verbindung mit SEO oder mit anderen Disziplinen einfach so kaputt geredet wird, dass gar keiner mehr begreift, welchen Wert eigentlich Content Marketing für alle Marketing-Disziplinen hat. Und ich glaube, es ist total falsch, eigentlich das einer Marketing-Disziplin zuzuordnen. Content Marketing ist irgendwas, was irgendwie, glaube ich, die Basis abbildet und dann kommen diese ganzen Punkte wie SEO dazu. Ob jetzt jemand da die Kernkompetenz hat und wie der Markt verteilt wird, Ich glaube, das ist völlig unerheblich. Man muss in dem Feld nur seine eigene Richtung finden. Und ich glaube, dass es wirklich, wirklich eine echte Verbindung zwischen Content Marketing und SEO gibt mittlerweile. Und die sollte man auch nicht kaputtreden. Da werden wir aber auch in den nächsten Folgen von Wayne nochmal extrem darauf eingehen, weil wir sehr viele Content-Formate hier in der Zukunft noch beackern werden. Ja, dann muss ich nochmal auf online-marketing.de verweisen. Da gibt es nochmal so einen Post, den habe ich auch gestern zitiert in Facebook und der hat eine relativ heftige Reaktion ausgelöst in den Kommentaren. Da geht es darum, wie externe Links auf Seiten gewertet werden. Sind externe Links auf Seiten ein Ranking-Faktor? Und eigentlich ist es völlig egal. Von der Basis her, die Diskussion, die auf Facebook stattgefunden hat, ging eigentlich in die Richtung, ja, was sind jetzt direkte Ranking-Faktoren, was sind indirekte Ranking-Faktoren? Für mich in meiner Welt ist es so, dass es gar keine direkten Ranking-Faktoren mehr gibt. Diese mehr von, es gibt 200 Faktoren, bla bla bla, die ist für mich schon lange nicht mehr tragend. Es gibt so ein paar Basissachen, die werde ich in SEO immer durchziehen, die eine hohe Priorität bei mir haben. Und das ist der Title, das ist die Description und da sind wir schon bei den indirekten Ranking-Faktoren. Das sind die Überschriften, das ist die Textstruktur und das ist der Textinhalt. Vielleicht auch ein bisschen, ja, Aufbau, Textgröße. Ich glaube, diese Erkennbarkeit spielt da schon mit rein. Da wird der eine oder andere jetzt sagen, ja, auf Sumago habt ihr ja auch weiße Schrift auf schwarzem Grund, das ist ja nicht so toll. Ja, das ist vielleicht ein designerisches Minus, was ich mir da einhandle, aber diesen Zwischenschritt gehe ich halt einfach, um einen anderen Wert zu erzeugen. Ich glaube, es gibt diese Unterscheidung nicht mehr und alle indirekten Ranking-Faktoren sind in meiner Welt Ranking-Faktoren. Die sind mir relativ egal. Es geht um Nutzerwerte, es geht um Nutzerzufriedenheit und da muss ich bestimmte Hebel bespielen, die einfach da sein müssen. Wenn ich ein zufriedenes Nutzerfolg da draußen habe, die auf meinen Seiten gerne navigieren, die gerne wiederkommen, die ein hohes Interesse haben, dann werde ich alle Kernkompetenzen für SEO auch auslösen. Die Leute werden meine Inhalte gerne verlinken, die Leute werden sich in Zukunft gerne Artikel angucken und damit wird es Branding und Popularität geben, was sich auf jeden Fall, und das ist meine Erfahrung in den letzten drei Jahren eigentlich auch schon, auf jeden Fall auch auf SEO auswirkt. Und deswegen sehe ich es überhaupt gar nicht so beschränkt. Alle, die mir sagen, dass es nur diese direkten Ranking-Faktoren gibt, ja, den kann ich einfach nicht folgen und das hat eigentlich so der Facebook-Artikel gestern auch so ein bisschen ausgelöst und der beruhte eben auf diesem Artikel und den verlinke ich euch wieder in den Shownotes. So, bleiben wir einfach im Thema Content-Marketing. Es wird ja sowieso hier sehr viel um Content-Marketing gehen, aber es ist wieder ein Post, den ich gefunden habe, der SEO und Content-Marketing ganz schön verbindet. Das ist nämlich ein Post, den ich beim Julian Zicky auf SEO-Kratie gefunden habe. Und den Julian muss ich mal ein bisschen ausholen, den kenne ich wirklich schon ein paar Jahre. Und ich finde es echt toll, dass der auch in den Bereich oder auf den Bereich Content-Marketing eingeschwenkt ist. Ich glaube, er war einer von den letzten bekannten SEOs, die an diesem Ding von SEO muss SEO bleiben und Content-Marketing muss Content-Marketing bleiben festgehalten hat. Das ist aber auch schon, muss man fairerweise sagen, drei Jahre zurück. Da hat er noch diese Meinung vertreten und ich hatte einfach an dem Punkt wirklich so ein paar Touchpoints verloren, weil ich eben überhaupt nicht der Meinung war und mich in eine andere Richtung entwickelt hatte. Mittlerweile ist er voll auch in der Content-Marketing-Richtung unterwegs und das finde ich toll. Ich finde es toll, wenn die Leute aus der alten Szene, die ich noch kenne, auch umschwenken in neue Bereiche, die ich auch beackere. Genauso wie ich ja in technische Bereiche reingucke, wo ich nicht so die Superkernkompetenz habe. Finde ich es toll, wenn andere SEOs so meine Welt mit auch beackern, diese Welt von Content-Marketing. Und dabei ist es auch egal, ob es jetzt mehr textlastig ist, wie es sicherlich oder zumindest wie ich es wahrnehme, bei SEO-Kratie auch stattfindet. Aber man muss fairerweise ja sagen, dass das Text-Building in Content-Marketing wirklich die skalierteste Form ist, um Content-Marketing abzufeiern. Und deswegen macht es ja durchaus Sinn, in den Bereich zu gehen. Er hat einen Post geschrieben, dass Content-Marketing natürlich ein super schwieriges Thema ist. Und es zeigt eigentlich so, welche Kompetenzen er in dem Bereich auch hat, weil genau darum geht es. Und da hat er mir eigentlich mit seinem Post aus der Seele gesprochen, dass es überhaupt nicht das eine Content-Marketing gibt, sondern Content-Marketing ist wirklich ein Reason-Range. Und da gibt es vielleicht, wenn man es mit einem Puzzlespiel vergleicht, 50.000 Puzzleteile und es geht darum, wie jetzt welche Agentur meinetwegen oder welcher Dienstleister oder welcher Unternehmer die Puzzleteile für sich in einer bestimmten Form zusammenbaut, dass ein Ergebnis rauskommt. Und ob dieses Ergebnis dann relevant ist, Kundennutzen hat, sei erstmal dahingestellt. Man soll an das Thema rangehen, indem man selbst für sich das Maximum probiert rauszuholen. Dass es immer wieder Leute da draußen gibt, die sagen, ja, hier hättest du noch das machen können, hier hättest du noch das machen können und das machen können. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, kreativ zu sein und Formate einfach zu finden und dann entstehen da total unterschiedliche Sachen draus. Und genau das hat er in seinem Post eigentlich so ausgedrückt, dass Content-Marketing der Reiz eigentlich darin liegt, dass es nicht alles gleich ist und dass man sich austoben kann und dass man selbst verschiedene Formate anbieten kann, die ihn auch als Agentur oder als Unternehmen auch sehr, sehr stark individualisieren. Und das ist wirklich ein Post, den solltet ihr euch mal durchlesen und die Schlussfolgerung, wenn ihr sie noch nicht habt, hinter die Ohren schreiben. Lest einfach mal hier unten in den Show Notes. So, der nächste Post, den ich gefunden habe, kommt so ein bisschen aus dem Bereich Entrepreneurship. Dafür habe ich so ein bisschen einen Fable, weil es mich super interessiert. Das ist vielleicht auch der Grund, warum einen Tag der Campings Week, nämlich der Montag, sich mit dem Thema Entrepreneurship beschäftigt. Da habe ich einen Post gefunden auf deutsche Startups. Und zwar geht es darum, dass Unternehmer eine Rückschau gemacht haben und nicht jetzt so eine Jahresrückschau, was habe ich im letzten Jahr erlebt, sondern es geht darum, wenn ich nochmal die Uhr zurückdrehen könnte, was hätte ich denn anders gemacht in meinem Unternehmen? Welche Fehler hätte ich vielleicht ausgelassen oder welche Wege hätte ich völlig anders beschritten, weil ich jetzt schlauer bin als vorher? Und da liegen immer unheimlich viele Abkürzungen drin, die man vielleicht für sich rausfiltern kann, die man gehen kann, aber nicht gehen muss. Aber man sieht einfach so ein paar Türen, die man vorher nicht gesehen hat. Und ich glaube ja an dieses 1000-Türen-Modell, dass man vor einer Wand steht und 1000 Türen hat, die man aber alle nicht sieht. Und nur wenn man sich erkundigt und wirklich akribisch Details durcharbeitet, dann sieht man bestimmte Türen plötzlich erscheinen. Und das sind Möglichkeiten im Leben und die muss man sich erarbeiten, diese Türen. Und eine dieser Tür ist hier unten in den Show Notes. Dann habe ich was wirklich Cooles auf Business Punk gefunden. Und da geht es darum, wie man in sechs Monaten, also mit sechs Monaten Arbeitszeit, 1500 Euro verbrennen kann und im Endeffekt nur ein Sandwich rauskriegt. Das ist so, diese Geschichte dahinter fand ich schon super spannend. Und es zeigt so ein bisschen diesen Wert. Guckt euch dieses Video einfach mal an, weil das kann ich jetzt hier in Audio gar nicht so richtig erklären. Das zeigt eigentlich, welchen Wert dieses Content-Format Langzeitprojekt hat. Also wenn ihr wirklich über ein halbes Jahr euch irgendwas vornehmt und diese einzelnen Steps, die wirklich mit Arbeit verbunden sind, videografiert und ein Video daraus schneidet, dann ist das ein Stück Content, was super, super Mehrwert hat. Was natürlich auch ein bisschen was kostet oder was Arbeit kostet, wenn ihr es selbst macht. Aber es hat eine gewisse Faszination. Ich zumindest bin davon extrem fasziniert. Guckt euch das einfach mal an, wie ein Junge, ein Typ, ein halbes Jahr sich abwirtschaftet, um ein Sandwich zu erstellen, wirklich jedes Produkt selbst zu machen. Die Gurke selbst anzupflanzen, selbst einzulegen, das Brot selbst zu machen. Echt toller Beitrag, muss ich sagen. Guckt euch das mal an. So und jetzt muss ich wirklich einmal Wow sagen. Denn das, was Lucify da gemacht hat, lucify.com, ist wirklich cool. Die haben es also geschafft, eine Engine aufzusetzen, die den Flüchtlingsstrom in Europa visualisiert. Und ich glaube, das ist wirklich cool, so eine Sachen aufzusetzen, gerade in so einem Mainstream-Thema. Die ganze Nation, ganz Europa, die ganze Welt vielleicht spricht über dieses Thema Flüchtlinge auf der ganzen Welt. Und keiner hat eigentlich so einen richtigen Schimmer, wie alles so richtig zusammenhängt. Die ganze Welt ist viel zu groß. Die meisten Menschen erfassen das gar nicht mehr. Daraus kommt auch sicherlich die eine oder andere Unsicherheit, die entsteht, weil einfach die Sachen viel zu global sind. Und so eine Tools helfen einfach vielen Menschen zu verstehen, was in der Welt da draußen wirklich los ist. Und deswegen guckt euch einfach mal diese Visualisierung von Lucify da an. Und dann könnt ihr ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ja, das waren meine Blog-Highlights, die Posts, die ich da draußen gefunden habe in den letzten 14 Tagen, wo ich dachte, die sind für euch genauso interessant wie für mich. Und wir können jetzt den Sprung machen ins Hauptthema. Also. So, meine Lieben, ich habe nochmal was vorbereitet. Und zwar soll es im Hauptthema heute gehen um Individualisierung und Personalisierung von Inhalten. Und zwar Inhalten jeglicher Couleur. Die können online sein, wie Blog-Grafiken, wie Header-Grafiken auf Internetseiten. Es können Werbebanner sein. Können aber genauso offline Sachen sein wie Flyer, Poster, irgendwelche Sachen. Und dann die Darstellungsformen und die Individualisierung, das läuft ja eigentlich in allen Marketingformen irgendwie zusammen. Da kann man ja eigentlich gar nicht eins vom anderen trennen, weil es ja irgendwie einer Strategie folgen sollte, wie ich mich insgesamt darstelle. Nicht nur, wie ich mich online darstelle oder in Search-Ergebnissen darstelle, sondern wie ich mich grundsätzlich als Unternehmen, als Person oder mit meinem Produkt darstellen will. Und da will ich mal das Für und Wider einfach mal in diesem Hauptthema beleuchten, weil ich glaube, da ist eine Riesenchance für den, gerade für den Mittelstand. Ich glaube, wir brauchen von den großen Konzernen und von den großen Unternehmen in Deutschland und weltweit, da brauchen wir gar nicht so richtig hinschielen, weil wir uns da nicht so die richtigen Sorgen machen müssen. Die haben die großen Werbespendings, die gehen zu den großen Media-Agenturen und Werbeagenturen und Kreativagenturen und lassen Zeug produzieren, was ja gut ist, aber was natürlich eine Stange Geld kostet. Wenn ich ans Weihnachtsgeschäft denke, mir anschaue, was Edeka da gemacht hat mit seinem Weihnachtsspot, was Joko und Klaas daraus gemacht haben, da ist so ein Riesenindustrie-Reigen dahinter, der funktioniert schon irgendwie. Natürlich sind die Einsätze viel höher, die Nullen, es sind viel mehr Nullen irgendwie an den Zahlen dran, aber so vom Grundhebel funktioniert es eigentlich genau so, wie es eigentlich laufen müsste, wenn wir irgendwie an kleine mittelständische Unternehmen denken. Nämlich da geht es darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und damit die Anteile am Gesamtmarkt hochzuziehen. Dass dann natürlich noch andere Sachen dahinter liegen, wie Produktionskosten, Margenberechnung etc. pp., das ist natürlich unbesehen, aber es geht darum, im Kern mit diesen Marketing-Formen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich will jetzt aber nur bedingt auf die großen und ganz großen Unternehmen und die Konzerne gucken, sondern will eigentlich aus deren Tätigkeit, aus deren Werbetätigkeit Möglichkeiten ableiten, die man im Mittelstand und für kleine Unternehmen und für vielleicht kleine Projekte nutzen kann, um sich abzuheben von diesen großen, die sowieso mit ihrer Marktmacht und mit ihrer Präsenz, die sie natürlich auch kaufen, alles erdrücken da draußen. Ich bin sowieso, jetzt geht es so ein bisschen zu mir nach innen, sehr, sehr pessimistisch, was den deutschen Mittelstand im digitalen Bereich sowieso angeht. Ich habe das Gefühl, dass die Großen oben alles erdrücken und dass der Mittelstand unten überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Da hatte ich schon letztes Mal darüber gesprochen, dass ich glaube, dass es so einen Überforderungspart gibt. Ich glaube, das Thema ist wirklich, wirklich schwierig. Wenn ich jetzt einfach so zehn Jahre in die Zukunft gucke, ich glaube, da werden sehr, sehr viel mittelständische Unternehmen an die Wand fahren, weil sie nicht eine Lösung für sich selbst entwickeln und weil sie sich nicht Gedanken darüber machen, wie sie gerade diese Differenzierung zu diesen großen Konzernen hinbekommen. Um das ein bisschen vielleicht rauszuarbeiten, will ich mir mal diesen Werbespot, diesen Weihnachtswerbespot von Edeka rausnehmen. Der ist mit sehr, sehr viel Kapitaleinsatz mit Sicherheit produziert worden. Ich würde jetzt mal so tippen, 500.000 Euro sind da bestimmt bei draufgegangen. Ich glaube, der wurde von Jung von Matt produziert. Und dann sind natürlich noch sehr viel Gelder geflossen in das Seeding. Alle Welt spricht ja davon, dass so ein Ding immer dann viral geht. Aber es geht ja natürlich nicht einfach so viral. Natürlich gucken eine ganze Menge rauf, weil es halt Edeka ist und weil Edeka mittlerweile für coole Produktionen steht. Und es sind sehr viele Feedreader draufgerichtet. Also es gibt sehr viele Redaktionshinweise. Aber es gibt natürlich auch die Anschubfinanzierung, die durch Kapital entsteht, normales Seeding, PA-Arbeit. Und ich glaube, da ist noch mindestens nochmal eine halbe Million draufgegangen, um diesen Anschub zu machen in die Viralität rein. Weil Viralität kann man sich natürlich kaufen. Nun ist dieses Video ja auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten gewesen. Und diese Zielgruppe, würde ich jetzt mal so einordnen, sind so die Middle-Ager. Also das, wo ich so drin hänge. Das sind die Leute, die vom Alter her so sind, dass sie selbst schon Kinder haben. Also eine Generation darunter. Und darüber die Eltern vielleicht noch leben oder leben könnten. Das ist so der Bereich, wo die Eltern ja vielleicht 65, 70 aufwärts sind. Also allen Eltern da draußen gönne ich natürlich, dass die 150 wären. Aber wenn man es realistisch betrachtet, ist es leider so, dass ab 70 die Sache so ein bisschen kritischer wird. Und ich glaube, für diese Zielgruppe genau in der Mitte war dieses Video ja gedacht. Die junge Zielgruppe wird nicht so richtig angesprochen worden sein, weil sie die soziale Kompetenz nicht ausprägen können, die vielleicht durch das Aufziehen von Kindern entsteht. Da entsteht ja was. Deswegen werden die vielleicht rausfallen, sondern es nur einfach teilen, aber nicht mit diesem Geist teilen. Wer es teilen kann mit dem Spirit, wie er eigentlich gedacht war, sind diese Middle-Ager. Die eben dieses schlechte Gewissen schon der älteren Generation gegenüber haben. Also wenn die Eltern noch leben, einfach sich zu hinterfragen. Ja, mache ich denn genug, um diese kurze Spanne, die vielleicht noch bleibt, fülle ich die persönlich selbst richtig aus. Und wer sich da in unserer heutigen Zeit so ein bisschen selbst hinterfragt, der weiß, da geht bestimmt mehr. Bei mir ist es ehrlicherweise auch so, ich könnte da auf jeden Fall mehr machen. Deswegen hat mich dieser Spot in jedem Fall getroffen, muss ich sagen. Was dieser Spot aber nicht konnte, egal wie die Zielgruppe ist, ist eine persönliche Identifikation schaffen. Der Opa, der die Emotionen ausgelöst hat, aber mit der Familie zusammen, das sind alles natürlich Individuen, die mit Edeka an sich überhaupt nichts zu tun haben. Und da liegt, glaube ich, der große Schwachpunkt bei diesen Aktionen, weil sie halt einfach global gehalten sind. Das kann man im Mittelstand besser machen, anders machen und sich dadurch abheben. Indem man zum Beispiel Chefs oder Mitarbeiter in so einen Spot einarbeitet. Und ich breche das jetzt mal runter, weil es gab ja so einen Anti-Spot faktisch dagegen, der von Joko und Klaas gemacht wurde mit Olli Schulz. Und der war eigentlich genau dieses Anti-Ding, wo dieses Persönliche in diesen Spot eingearbeitet wurde. Und wenn ihr euch dieses Verhältnis mal anguckt, zwischen Individualisierung auf die Firma zugeschnitten, auf die persönliche Marke zugeschnitten von Joko und Klaas und Olli Schulz, dann ist da genau für mich die Chance, die der Mittelstand hat. Nämlich bestimmte Formate, die da draußen funktionieren, einfach zu individualisieren und daraus was Eigenes zu machen. Und ich will dieses Thema auf Basis von bestimmten Content-Formaten mal runterbrechen, damit ihr wisst eigentlich, wovon ich rede. Weil da gibt es in jedem Thema natürlich eigene Ansichten. So, fangen wir mal mit dem Bereich Text an. Ich glaube, Text ist für Online-Marketer die größte Baustelle, weil einfach der ganze Bereich Search of Text basiert. Und wir wissen ja, was da gerade so abgeht. Ich glaube, wir werden erschlagen von Texten. Und gerade von Texten, die überhaupt nicht personalisiert und individualisiert sind, sondern die immer diesen Standardmuster folgen, die 10 Punkte hiervon, die 10 Punkte davon zum Erfolg. Eigentlich ist es genau das, was wir früher immer so ein bisschen gebasht haben. Diese 10 Tipps zum Millionär irgendwie, ja, oder in 14 Tagen 100 Kilo abnehmen. Diese schnellen Quick-and-Dirty-Wege, die wären eigentlich da gegangen in Masse. Und das Komische ist, dass das zurzeit funktioniert. Ich bin da selbst ein bisschen verwundert, aber ich kann dieses Thema eigentlich auch nicht wegtun. Die Frage ist nur, wenn man sich diese Texte anguckt und wie die erstellt werden, wo die erstellt werden, ist diese Möglichkeit zu individualisieren einfach nicht da. Das heißt, der Mittelstand, der den einfachen Weg geht und den Text, das Texting in Agenturen lagert, egal, ob es jetzt SEO-Agenturen sind, die Texting machen oder ob es andere Textagenturen sind oder ob es PA-Agentur sind, völlig egal. Da werden immer Inhalte entstehen, die weniger individualisiert und personalisiert sind, weil es nicht so eine starke Identifikation mit der Firma gibt, für die die eigentlich arbeiten. Und das liegt an menschlichen Faktoren. Wenn ich als Redakteur da sitze, dann werde ich nicht zu 100 Prozent meine Arbeit für einen Kunden machen, sondern ich werde ganz viele Kunden betreuen und da werde ich einfach das Standard-Repertoire abfeiern, weil der Mensch nicht dafür geeignet ist, bei einer Teilung von 20 Projekten immer noch einen Spirit für jedes eigene Kundenprojekt zu entwickeln. Das sind vielleicht Ausnahmen, Schlachtschiffe, die irgendwie herausstechen, wo man vielleicht mehr Emotionen reinsteckt, aber im Endeffekt ist es Abarbeiten von Masse. Das heißt, da geht es überhaupt nicht um Individualisierung. Wenn also sehr viele diesen weißen Hasen hinterher rennen und skalierte Texte über Agenturen buchen und einfordern, dann ist die große Möglichkeit da drin, und ich bin immer so ein riesen Fan von Gegenbewegung, sein Zeug zu individualisieren. Und das basiert darauf, dass man zwei Möglichkeiten nutzen kann. Eine Möglichkeit ist, sich da draußen freie Redakteure zu suchen, wo man weiß oder wo man rausermittelt hat, dass die nicht 20 Projekte betreuen, sondern dass die vielleicht eine kleine Anzahl von Projekten betreuen. Und wo man weiß, dass man nicht über einen Key-Accounter faktisch in diesen Funnel reinkommt, sondern wo man einen individuellen Kontakt hat. Alleine über diesen individuellen Kontakt, dass ich mit dem Autor direkt sprechen kann und dem erklären kann, um was es eigentlich geht, wie der Spirit dahinter ist, daraus entstehen schon eigentlich bessere Texte. Der zweite Weg ist aber der, den ich favorisieren würde, und das ist der erstmal finanzielle Einsatz für Personal im eigenen Unternehmen. Und da sind wir wieder in dem Bereich Content-Marketing, in dem Bereich Vorinvestitionen drin. Wenn ich wirklich gute Texte, individualisierte Texte erstellen will, die wirklich für mein Unternehmen stehen, die wirklich für mein Produkt stehen, die wirklich das ausarbeiten, was ich als USPs im Unternehmen habe, dann muss ich mir Personal ins eigene Unternehmen holen. Und natürlich rechnet sich das nicht sofort. Es gibt natürlich so ein paar ROI-Rechner dafür, aber das ist alles super schwierig. Ihr müsst daran glauben, dass dieser Redakteur, der bei euch sitzt und individuell schreibt, weil ihr meinetwegen ein Magazin oder einen Blog aufgemacht habt, dass der Mehrwerte für eure Leser erzeugt. Da müsst ihr daran glauben und der muss natürlich auch so schreiben, dass diese Mehrwerte personalisiert erzeugt werden. Dann glaube ich aber daran, dass ein Format entsteht, was wirklich zugeschnitten ist. Selbst dieser Redakteur, der dann in-house bei euch sitzt, selbst wenn es erstmal nur einer ist, ist ja imstande, diese Inhalte, die er selbst baut, auch regelkonform, regelkonform sowieso, aber mit dem nötigen Spirit in die sozialen Medien zu tragen und sich selbst damit zu identifizieren. Der Push, der eigentlich mit der normalen Identifikation, mit dem Inhalt entsteht, ist auch ein Push für das Seeding nachher. Deswegen ist der große Vorteil, Personal in die eigene Firma sich zu setzen. Und ich glaube, dass der Einstieg relativ einfach möglich ist. Im Bereich der Redakteure da draußen, das ist jetzt nicht so ein Markt, wo es so einen Nachfragemarkt gibt wie im Bereich SEO, sondern da gibt es halt sehr viele Leute, die auch irgendwie gar nicht so eine feste Einstellung haben, die von Anstellung zu Anstellung tingeln, die in so einer kleinen Form von Selbstständigkeit sind. Also da gibt es sehr viele Leute, die auch zum Beispiel halbtags arbeiten, weil aus dem Redakteursbereich auch sehr viele junge Frauen sind, die vielleicht Kinder gekriegt haben und die jetzt halbtags nur noch arbeiten wollen. Da sind auch sehr viele Freigeister drin bei den Redakteuren, die sowieso vielleicht nur halbtags arbeiten wollen. Da entsteht automatisch irgendwie die Möglichkeit, vielleicht da mit irgendwelchen Leuten zusammenzuarbeiten, egal ob die denn einen virtuellen Arbeitsplatz haben bei sich zu Hause oder ob die denn direkt ins Unternehmen kommen. Das kann man ja irgendwie arrangieren. Aber meine Empfehlung ist, lasst den Text bei euch schreiben und lasst ihn so stark wie möglich individualisiert schreiben. Geht direkt auf Personen aus eurem Unternehmen ein. Geht direkt auf die Produkte ein. Beschreibt die sehr gut. Geht auf eure Mitarbeiter ein. Geht auf die Kunden ein. Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit Kunden. Sachen, die aus der Kundenhotline an Erfahrung gewonnen wurden. Lustige Geschichten, die da rausgezogen wurden. Alle so Sachen sollten ja verarbeitet werden, um Content zu erstellen. Und der findet halt in der Firma statt. Und da solltet ihr ihn auch abholen. Das ist meine erste Empfehlung zur Individualisierung und Personalisierung von Textinhalten. So, dann kommen wir zur zweiten großen Baustelle und der großen Möglichkeit für die mittelständischen Unternehmen und die kleinen Unternehmen und die kleinen One-Man-Shows da draußen, sich zu individualisieren und zu personalisieren. Das ist jetzt ein Bereich, wo die Großindustrie, sag ich mal, oder die großen Unternehmen, die Konzerne eigentlich ihre Hausaufgaben schon von der Uhrzeit her machen. Sie fangen immer an, oder fast immer an, individualisierte Bildmaterialien zu bekommen, wo nur sie die Rechte dran haben, wo uniker Bildcontent entsteht. Also das, was wir von Texten immer auch sagen, im SEO-Bereich, uniken Content zu erstellen. Da hatten die immer schon ein Auge darauf, uniken Bildinhalt zu erstellen, weil sie die Leader von diesem Mediaformat sein wollten. Das heißt, sie haben Fotoshootings gemacht und individualisiert auf ihre Firma. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie im Zuge der PR-Arbeit so eine Sachen auch immer mit rausgegeben haben. Eine gute Pressemitteilung hat ja auch immer Bildmaterialien und da will man ja auch eine Uniqueness haben und will nicht irgendwie, dass der Redakteur denkt, das habe ich doch irgendwie schon von ganz vielen anderen gesehen, das ist doch Stockmaterial. Da wollen die nie hinkommen, sondern die wollen da eine Uniqueness haben, damit sie bei dem Redakteur oder in jedem anderen Format eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Und deswegen haben die das eigentlich schon immer auf dem Schirm gehabt. Jetzt nehmen wir mal die andere Seite, die Blogger, die Bloggerwelt da draußen im Mittelstand. Die probieren, sehr skaliert wieder zu arbeiten. Den kleinsten Einsatz zu bringen, möglichst wenig Geld auszugeben. Und wo landet man dann? Bei Stockmaterialien. Man landet bei Fotolia und den anderen großen Plattformen und kauft dann Bildmaterialien ein. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, sondern der ideale Weg wäre eigentlich, sein Bildmaterial für seine Blogpost zu individualisieren. Wenn ich ein bestimmtes Thema an einem Blogpost habe, mache ich ein Fotoshooting mit mir oder mit meinem Personal, mit meinen Produkten oder zu dem Thema, mit dem Inhalt, also in der Bildsprache, mit dem Thema des Inhaltes des Blogposts. Dazu muss ich ja mittlerweile auch nicht mehr ins Studio gehen, sondern ich kann ja mit meiner Handykamera faktisch schon sehr gute Bilder machen. Kann natürlich auch mir ein bisschen Know-how dazuholen, indem ich mir einfach ein paar YouTube-Videos angucke, mir Gedanken darüber mache, wie Ausleuchtung ist, wie die Nachbearbeitung ist, die Postproduktion ist von bestimmten Bildmaterialien. Aber im Kern geht es darum, dass es eine Identifikation zu einem bestimmten Personalkörper gibt. Egal, ob das jetzt der Bereich Marketing ist oder ob es der Chef ist oder ob es die Produktion ist, ob es das Lager ist. Da sind ja bestimmte Leute drin und nicht alle sind kamerascheu. Und die kann man ja einfach mal vor die Kamera stellen und das Bildmaterial individualisieren, sodass die Blogposts so den Charme kriegen. Also ich bin so dabei, dieses Gefühl zu haben. Da werden wirklich eine Menge Möglichkeiten liegen gelassen. Und das einfach nur, weil es skaliert abgearbeitet wird. Es gibt bestimmte Content-Marketing-Bereiche, da ist es vielleicht sinnvoll, weil es natürlich in der Masse super, super schwierig ist. Ich will auch nicht sagen, dass es einfach ist. Da muss ich auch euch den Zahn ziehen. Diese Individualisierung bedeutet nicht Skalierung. Das ist nicht der einfache Weg, aber das ist der Weg, wo ihr euch abkapseln könnt von anderen Leuten, die eben nur die Fotolia-Materialien einkauft. Den solltet ihr auf jeden Fall gehen, um erfolgreicher und greifbarer zu sein und nicht so diesem weißen Hasen hinterher zu rennen und wie ein Stück Kernseife zu sein. Das ist nämlich total grausam und das bringt überhaupt nichts da draußen, weil es natürlich cool ist, wenn jemand auf eure Seite kommt. Bei kleinen Reiseseiten kennen wir es ja zum Beispiel, wenn der, der auf der Seite als Berater genannt wird, meinetwegen in der Sidebar, dass der nachher, wenn jemand in den Laden kommt, auch wirklich da sitzt. Das ist ein Effekt, der ist einfach da und den solltet ihr auf jeden Fall beackern. Oder wenn jemand auf der Seite drauf ist und bestimmte Personen sieht und auf einer Konferenz diese Personen sprechen und der hat sie vorher schon mal gesehen, weil er einfach Bilder dazu hat, dann ist das eine höhere Identifikation, als wenn ihr mit einem Stockbild-Material irgendeine Person abbildet. Ja, ich hoffe, der Vorteil ist erkannt und in die Richtung solltet ihr viel mehr gehen. Wenn ihr da noch Fragen habt, meldet euch einfach. So, dann kommen wir zu dem nächsten großen Content-Format und ich glaube, das ist so der große Dreiklang von Formaten grundsätzlich, nämlich Text, Bild und, na, wisst ihr es, Video, genau. Da, glaube ich, lassen sehr viele mittelständische Unternehmen, gerade mittelständische Unternehmen, sehr viele Möglichkeiten links liegen, weil sie nicht begreifen, welche Möglichkeiten eigentlich in dem Format drinstecken. Okay, mal ein Fall aus meiner Praxis. Ich unterhalte mich mit Leuten in der Erstbetreuung mit einem Unternehmer und der sagt, ja, ich habe noch nie irgendwie in dem Bereich Video stattgefunden, aber ich glaube daran und ich sehe das ja auch überall, dass das super erfolgreich ist. Eigentlich muss ich da hin. Äh, okay. Er muss da hin. Also die erste Voraussetzung ist eigentlich erst mal schon mal da. Die zweite Voraussetzung ist natürlich, dass er ein bisschen Geld investieren muss, weil so ein Format entsteht ja nicht einfach so. Man braucht ein bisschen Equipment, um irgendwie was aufzuzeichnen. Man braucht ein bisschen Zeit, um Ideen auszuarbeiten. Das muss man diesem Unternehmer irgendwie alles erst mal mitteilen. Und dann muss man diesen größten Schritt eigentlich machen, nämlich ihm mitteilen, dass dieses YouTube, was er da draußen kennt, eigentlich gar nicht eine Plattform ist, wo Videos gehostet werden, sondern das ist eine Plattform, wo Social-Media-Netzwerken betrieben wird, wo was funktioniert wie eine Social-Media-Plattform eben. Und da gilt es, bestimmte Parameter einzuhalten. Und was ich immer gerne mache, ist, ich zeige den Leuten, die erfolgreichen, diese Vorzeigebeispiele aus YouTube. Und dann wird ziemlich schnell klar, was die eigentlich machen. Nämlich, die sind super stark individualisiert und personalisiert. Und sie interagieren mit ihrer Zuseherschaft. Nennt man das so? Zuseherschaft? Okay. So, dann kommen wir zu dem nächsten großen Content-Marketing-Komplex, der noch beackert werden muss, wo sehr viele Goldtaler noch rumliegen. Und wir hatten ja schon Text, wir hatten schon Bild. Und da fehlt nun noch, na? Ja, richtig. Video, Bewegtbild, Film, dieser ganze große Komplex. Der fehlt noch und der kann super individualisiert werden und super personalisiert werden. Und da sind eine Menge Chancen drin, gerade für den Mittelstand, da in Richtung Personenbezug und Identifikation was zu machen. Fangen wir mal mit dem größten Komplex an. Und ich glaube, wenn im Online-Marketing irgendwie von Bewegtbild geredet wird, dann wird in erster Linie geredet, in meiner Welt zumindest, von YouTube. Genau. Und wer mal wissen will, wer in YouTube richtig viel Geld verdient, der guckt mal in den YouTube-Verdienstrechner, den wir hier bei Sumago gebaut haben. Der ist in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr mal so gucken, was die großen Stars bei YouTube und Co. oder vielleicht auch eure Konkurrenz mit YouTube verdienen könnte, wenn monetarisiert wird. Okay, gucken wir auf dieses Format YouTube. Da muss man als erstes mal festhalten, YouTube ist keine Hosting-Plattform für Videos. Das ist, glaube ich, der größte Denkfehler, den die meisten da draußen machen, dass sie es einfach als Hosting-Plattform betrachten. Ich kann mir sonst nicht erklären, warum so sehr viele Unternehmen, die ich in der Betreuung habe, beim Erstkontakt hinkommen und sagen, ja, wir haben auch einen YouTube-Channel. Und man macht den ersten Blick irgendwie und man setzt den ersten Blick auf diese YouTube-Seite und man sieht, dass der Header gar kein Bild enthält, sondern dieses graue Standard-Kachel-Format enthält. Das ist so der erste Moment, wo in mir alles zusammenbricht und ich denke, ne, ihr macht gar kein YouTube, nur weil ihr euer Image-Video einfach mal auf diesen schlecht gepflegten YouTube-Kanal gestellt habt. Dadurch macht ihr noch kein YouTube. Das ist erstmal der grundsätzliche Denkfehler. Der zweite Schritt, den man vielleicht gehen muss, ist, dass man schauen muss, welche Erfolgsformate denn da eigentlich im Netz vorhanden sind. Und in der Regel, ich glaube, zu 80, 90 Prozent sind es Formate, die extrem stark personalisiert sind, die auf eine Person zugeschnitten sind, die vielleicht auch noch auf einen Personenkreis zugeschnitten sind und die immer einem Formatansatz folgen mit einer Person. Und das ist eigentlich die große Challenge, dass man sich identifizieren kann mit dem Menschen, der das da macht. Wenn also irgendeine Schminktussi Schminke vorstellt, dann kann man immer irgendwie denken, ja, die hat mir das ja empfehlt. Es gibt eine Identifikation. Wenn irgendeiner Whisky testet, dann gibt es den Typen, der den Whisky getestet hat und mit dem identifiziere ich mich. Wenn ein Aaron Troschke irgendwie durch die Stadt rennt und irgendwelchen Blödsinn macht, dann ist Aaron Troschke der, der den Blödsinn macht, dass der nur noch im Fernsehen stattgefunden hat, kommt natürlich noch erschwerend dazu und verstärkend dazu, aber es geht um Individualisierung und Personalisierung ganz extrem. Das heißt, wenn ich auf diesen Formatansatz springen will und in YouTube erfolgreich sein will, dann gibt es auf der einen Seite die Möglichkeit, meine Formate selbst zu personalisieren und mir ein Format auszudenken, was vielleicht auf meine Firma zugeschnitten ist, wo ich genau diese Formatansätze vielleicht aufnehmen kann und auch produzieren kann. Das wird in der Regel bedeuten, dass ich mir einen Identifikationsträger nehmen muss. Das wird eine Person sein, den ich in den Vordergrund stelle. Da tun sich sehr viele Unternehmen extrem schwer, da eine Personalisierung zu machen, weil ja daraus immer so eine Abhängigkeit entsteht. Ja, so what? Da müsst ihr mit leben. Wenn ihr das nicht wollt, dann macht ihr es eben mit einem Personenkreis von zehn Leuten. Dann ist es ein bisschen individueller. Aber es gibt dann vielleicht noch diese große WG, wo die und die Leute drin sind, sodass die Leute noch eine Identifikationsfigur oder Identifikationsgruppe haben. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen abzumildern. Aber diesen Schritt müsst ihr grundsätzlich gehen, dass ihr einen Formatansatz habt und eine Individualisierung, Personalisierung habt und dann eure Produkte darstellt in einer Formatangepassten Form, sage ich mal. Da gibt es kein Standardformat, sondern da gibt es individuelle Formate. Ihr seht, was da draußen los ist. Ihr seht die ganzen Formate, die schon da sind. Entweder man reproduziert was und macht was besser. Das ist ja immer so, dass man irgendwas Copycap-mäßig kopiert und dann besser macht, probiert anders zu machen. Oder ihr macht wirklich, ihr seid so cool drauf und macht wirklich ein völlig eigenes Format. Aber es muss diesen Grundanforderungen von YouTube einfach genügen, dass es eine Individualisierung und Personalisierung gibt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Welt und ich habe halt sehr viele Retailer-Kunden und es gibt da für die diese Welt, dass die ihre Shops ganz gerne auch individualisieren würden mit diesen Inhalten, aber auch nicht wissen, wie sie es machen. Bang! Da ist YouTube natürlich ein super Format, um da eine Individualisierung hinzukriegen und dieses Format dann in den Shop zu kriegen. Wenn ich also eine Produktvorstellung habe, die ich sehr agil, interaktiv, individualisiert und personalisiert in YouTube habe stattfinden lassen, warum dieses Video nicht in meinen Shop packen und in dem Erklärbereich, in dem Content-Bereich zu einer Produktbeschreibung meinetwegen auch stattfinden lassen. Da ist ja ein Mehrwert drin. Ich muss es bloß vorher, das Format so denken, dass ich den Mehrwert auch in meinem Shop vielleicht projizieren kann. Das heißt, wenn ich nicht weiß, welches Format ich haben will, ich aber in meinem Shop eigentlich ein Format brauche, was das Produkt erklärt, warum mache ich nicht lebhafte Videos dazu, wie diese Produkte funktionieren und es gibt ja diese Beispiele dazu, wie man auch Produkte kaputt machen kann und damit Aufmerksamkeit erzeugen kann. Es gibt ja diesen Typen, der immer die Handys in diesen Mixer reinschmeißt, wo es eigentlich auch nur in den Mixer und die Kraft des Mixers geht. Da geht es um Aufmerksamkeit und selbst wenn ihr das Video in eure Produktübersicht packt, habt ihr erstmal so einen Eyecatcher und eine Identifikation und diese Videos aus YouTube lassen sich ja ganz gut durch einen Embed-Code in euren Shop-Trans übertragen und dadurch haben sie da auch einen Mehrwert. Also denkt da ein bisschen plattformübergreifend in diesem Bereich YouTube und nutzt die Chancen zu verstehen, wie YouTube eigentlich funktioniert und wo diese ganzen Schlachtschiffe, diese großen YouTuber, die angeblich die dicken Millionen schäffeln, wo die eigentlich aufgehangen sind und welche Rezeptoren die bei Menschen ansprechen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. So, nun gibt es da draußen aber nicht nur YouTube, sondern es gibt ja noch zwei andere große Felder, die ich mir hier mal exemplarisch rausnehme und das ist der Bereich der Image-Videos und der Bereich der Erklärbär-Videos. Ja, diese Erklär-Videos kennt ihr ja bestimmt da draußen und die will ich mir mal rausnehmen. Zum Image-Video. Wenn ich mir von allen Firmen, die es da draußen gibt, die Image-Videos angucken würde, würde ich jetzt mal schätzen, das ist meine eigene Schätzung, dass 90 Prozent einem Trilaloo-Level folgen. Also irgendwie dieses Standard-Business Plink, Plank, Plong, ein paar Sliderfahrten hier, ein paar Sliderfahrten da, ein paar Kernbotschaften irgendwie als Schrift und das war es dann. Ja, vielleicht noch, wenn es ein bisschen schöner gemacht ist, eine Individualisierung in der Form, dass der Chef oder das bestimmte Mitarbeiter noch irgendein Statement abgeben. Vielleicht noch, dass ein paar Kunden was abgeben. Aber um die Format-Kreation geht es da eigentlich in der Regel nicht, sondern eigentlich ist das meiste Standardwerk. Also das, was so standardmäßig skaliert auch abgefeuert wird. Das ist genauso, als wenn ich Stockbilder eigentlich einkaufe von Fotolia, ist es da so, dass natürlich auch die Videoproduktionsfirmen so ihr Standard-Repertoire haben. Ja, wenn der Kunde das billig haben will und nicht individualisiert ist, dann liefere ich das Standardformat. Ja, da weiß ich genau, was der Kameramann draußen zu machen hat. Da weiß ich auch genau, was im Schnitt zu machen ist. Da habe ich eine Basiskalkulation und da kommt eben immer das Produkt X bei raus. Das ist immer dieser weiße Hase und der sieht immer eigentlich genauso aus, auch wenn die Bilder da drunter ein bisschen anders sind und die Lala ein bisschen anders ist. Im Kern kommt oftmals immer derselbe Brei raus. Wenn ich jetzt einfach einen Schritt weiter gucke und mir die Videoproduktionsfirmen angucke, was die in ihren Showreels daraus machen, aus diesen Einzelproduktionen der Imagefilme, da kommen oftmals völlig andere Formate raus. Natürlich in dem Zusammenstellen der Videos, aber das zeigt mir zumindest, dass die Videoproduktionsfirmen eigentlich ganz andere Formate gerne produziert würden, aber sie einfach, in der Regel denke ich mal, nicht das Kapital von dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt bekommen, um diese Individualisierung hinzukriegen und diese Personalisierung hinzukriegen. Und vielleicht hat es auch nicht immer was mit Geld zu tun, weil ich glaube, dass die meisten Unternehmer da draußen einfach Schiss davor haben, sich persönlich selbst darzustellen. Ich glaube, da sind wir wieder in dem Thema drin, was ich auch zu Anfang hatte, dieses, dass sich Marketing nach was anfühlen muss. Wenn ich selbst als Chef mich vor die Kamera stelle und nach vorne trete, dann bin ich irgendwie plötzlich angreifbar und das wollen viele nicht. Deswegen entstehen immer so eine sterilisierten Formate, wo alles schön ist und heile Welt ist. Und keiner da draußen glaubt diesen Mist eigentlich so richtig. Das ist ja dieses Schlimme. Keiner zum Beispiel glaubt da draußen, dass in der Firma immer heiles Welt ist, immer heile Welt ist, sondern eigentlich weiß jeder, dass es einen bestimmten Leistungsanteil gibt und einen bestimmten Chaosanteil gibt in den Unternehmen, die da produzieren. Und das weiß jeder. Das ist so, als wenn ich mich über Abgaswerte unterhalte, mal weg von dem Thema, ob da beschissen wurde in irgendeiner Software. Jeder weiß eigentlich da draußen, der fährt, dass die Abgas, dass die Verbrauchswerte von Autos, die, wenn du Neuwagen kaufst, auf den Schildern stehen, nicht dementsprechend, was du nachher im Stadtgebiet haben wirst. Das weiß jeder. Und trotzdem wird es immer schön auf heile Welt gemacht. Ja, jetzt kann man irgendwie denken, ja, das ist die Form. Ich muss weiter diesem weißen Hasen hinterher rennen und ich mache es so wie die anderen. Oder ich durchbreche diesen Bereich und probiere, eine Wahrnehmung zu kriegen, weil ich dieses Raster durchbrochen habe. Das heißt, eine große Chance ist einfach da drin, eure Imagevideos ein bisschen anders zu produzieren. Vielleicht auch andere Teile von Content mit anderen Videoformaten zu platzieren. Ich hatte zum Beispiel letztes Mal einen schönen Hinweis, dass unser Showreel zum Wir über uns, wer guckt sich sowas an? Ja, die Frage kann man natürlich stellen, wer guckt sich sowas an? Ich glaube, dass sowas sich angeguckt wird und da geht es in erster Linie ja nicht nur um die Darstellung der Mitarbeiter, sondern da geht es um die Darstellung des Unternehmens in dem Video. Und gerade wenn ich Video selbst anbiete, gucken die Leute natürlich da drauf, welche Videoformate ich anbiete. Deswegen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Videoformate in einzelnen Unterseiten anzubieten und nicht nur als Standard-Image-Video, wo sowieso ja sehr viele Leute hindenken. Also denkt einfach mal da dran, wenn ihr ein Image-Video produzieren wollt, geht mal zu der Videoproduktion hin und sagt, ich will es grundsätzlich anders machen als die normale Form von Image-Videos, sondern ich will was Individuelles haben. Die meisten Leute fühlen sich ja irgendwie, ich kenne ganz viele Leute, die hören gerne Rockmusik, also nicht nur die Leute, sondern die Unternehmer, mit denen ich spreche. Und warum soll man diese Art, diesen Spirit nicht mit reinnehmen irgendwie und eine Rock-Untermalung nehmen, vielleicht eben auch sagen, dass man irgendwie auf Rock steht irgendwie und seinem Unternehmen irgendwie dadurch eine gewisse Note kriegt. Ihr müsst nicht so Angst haben, dass die Leute alle abspringen, weil ihr jetzt Rockmusik hört. Nein, ihr habt nur einfach einen Fixierungspunkt, wo die Leute euch ein bisschen einnornen können. Und im Kern lieben Menschen Leute, die sie greifen können, wo sie wissen, wen sie gegenüber haben und nicht Leute, die wie ein Stück Kernseife irgendwie nicht zu fassen sind und die immer nur das erzählen, was man hören will. Das ist nach meiner Erfahrung nicht das Bedürfnis da draußen und ich will mich da überhaupt nicht hin entwickeln. Und wenn wir dieses Bereich jetzt hier, der ja sehr emotional ist, wie ihr merkt, abgefeiert haben, kommen wir auch noch ganz schnell zu den Erklärbär-Videos. Die dürfen ja hier nicht fehlen. Wenn wir vorhin über Skalierung geredet haben im Bewegtbild-Format, dann sind diese Erklärbär-Videos bestimmt die Königsklasse der Skalierung. Ein einfaches Setup in den Agenturen, ein bisschen Individualisierung mit dem Kunden zusammen, dann einfach eine Produktion in bestimmten Schritten und einen Verkaufspreis, der in der Regel zwischen 5.000 und 10.000 Euro liegt. Einfacher geht es eigentlich gar nicht. Aber wenn ihr wisst, dass es so einfach ist und dass die Produkte, die daraus entstehen und wenn ihr euch da am Netz ein bisschen umschaut, werdet ihr halt immer dieselben Produkte, also von der Wahrnehmung, immer dieselben Produkte sehen, dann wisst ihr auch, welchen Mehrwert in der Individualisierung und Personalisierung diese Erklärbär-Videos haben. Nämlich fast gar keine mehr. Wenn die Leute auf eurer Seite sind und eine Erklärung zu eurem Produkt haben wollen, dann ist es in dem Fall sicherlich sinnvoll. Wenn ihr aber ein Erklärbär-Video für die Individualisierung auch nutzen wollt, dann macht euch Gedanken, wie euer Erklärbär-Video einfach, aber trotzdem auf euer Corporate Design angepasst aussehen kann, um sich von den anderen abzuheben. Dann könnt ihr es nämlich auch irgendwie mal bewerben und als was Besonderes hervorheben und könnt es in euer Gesamt, in eure Gesamtpräsentation einbauen. Diesen Weg solltet ihr gehen. Ihr investiert sehr viel Geld in den Bereich Erklärbär-Videos, also die Leute, die es machen. Die Einkaufspreise sind in der Regel so zwischen 5.000 und 10.000 Euro, also eine ganze Menge Geld. Und für den Bereich könntet ihr ganz einfach, wenn ihr mit der Erklärbär-Video-Agentur da redet, auch eine Individualisierung einfordern und auch den Preis reduzieren. Ich glaube, da sind mittlerweile sehr viele Produktionsfirmen, die sich darauf spezialisiert haben, auch bereit, weil der Markt halt immer umkämpfter wird und ihr müsst nur danach fragen, dass ihr bestimmte Formate anders individualisiert. Dann kommen die natürlich aus ihren Standardschablonen raus. Da gibt es natürlich so Setups in den Agenturen, die bestimmte Muster beinhalten. Aber selbst, wenn nachher die Produktion 12.000 Euro kostet oder 7.000 Euro kostet, habt ihr danach einen Videostil, der euer ist und nicht der Stil von einer Million Videos da draußen ist, wie er bei den anderen auch ist. Und das macht keinen Sinn. Deswegen meine Empfehlung, probiert Inhalte grundsätzlich in dem Bereich zu personalisieren und zu individualisieren. Dann seid ihr zumindest in dem Bereich, dass ihr euch abheben könnt von der Konkurrenz und das ist die Basis, um sich als Unternehmen darzustellen. So, das war das Hauptthema in dieser Ausgabe von Wayne. Individualisierung, Personalisierung. Ich hoffe, für euch war da ein bisschen was dabei. Wenn ihr da eigene Meinung zu habt, dann bitte unten in die Kommentare. Dann kommen wir noch schnell zu den Event-Tipps. Ja, hier will ich auf einen Early-Bird-Ticket-Preis hinweisen, nämlich von meinem guten Kumpel Olli Hauser in Salzburg. Grüß dich Olli. Der haut zurzeit, glaube ich, 100 Tickets raus mit einem Rabatt von 100 Euro für die Seocom und die OMX, die im November in Salzburg stattfinden wird. Den genauen Termin könnt ihr euch da unten nochmal angucken. Ich habe es ja nämlich unten in den Shownotes irgendwie reingesetzt. Das heißt, wenn ihr da sparen wollt, dann guckt doch einfach mal vorbei. Der Podcast wird am Mittwoch erscheinen. Es besteht also die theoretische Möglichkeit, dass ihr keine Tickets mehr bekommt, weil die alle schon weg sind. Dann kann ich es auch nicht mehr ändern, dann müsst ihr ein reguläres Ticket kaufen. Ich wollte nur darauf hingewiesen haben. Darüber hinaus will ich natürlich ein bisschen Werbung für mein eigenes Baby machen, nämlich die Campings Week in Berlin, die vom 7. bis 13. März stattfinden wird. Da sind wir mächtig am Rödeln, packen gerade das Programm zusammen, gerade das Event Programm zusammen. Wir haben ja einen riesengroßen Networking-Ansatz. Guckt einfach mal auf die Seite, informiert euch, informiert euch über die Mehrwerte und dann kriegt ihr vielleicht einen Push für die Entscheidung auch dahin zu kommen, wenn ihr nicht schon ein Ticket gebucht habt. Ja, das war jetzt ein bisschen Werbung und da ist mir auch egal, was Aisy erzählt. Ich mache sowieso mein Ding, Aisy. Ja, wenn ihr Bock habt zur Campings Week zu kommen, dann meldet euch einfach bei uns oder meldet euch einfach straight an. So, meine Lieben, das war es auch mit der Ausgabe Nummer 3 von Wayne. Ich hoffe, da waren ein paar Themen mit bei, die für euch spannend waren. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr hier unter den Shownotes ein paar Kommentare lasst, wie ihr die Welt seht, wenn ihr auf iTunes vielleicht eine Bewertung für uns abgeben könntet, damit wir im Ranking ein bisschen hochkommen und ich würde mich natürlich auch mega darüber freuen, wenn ihr anderen Leuten darüber berichten würdet, dass es uns gibt und dass wir ein cooles Format sind. Ja, ich bin bei knapp einer Stunde vier, bin also wieder ganz gut im Format geblieben. Ich bin raus, bis in 14 Tagen. Euer Marco. Ciao. Wings. 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 Weim! Weim! Was sonst?